Guten Morgen. Hurra! Wisst ihr, was cool ist? Die Junge Union. Ja, die Junge Union. Hurra, hurra, hurra. Besonders die Junge Union Duisburg. Die hat nämlich einen Bildungsausflug gemacht nach Berlin und sie haben sich schon auf der Hinfahrt früh am Morgen mit Bier besoffen und große Party gemacht. Am Tag fiel dann der Besuch des Holocaust-Mahnmals aus, weil langweilig. Und dann wurde weiter getrunken und getrunken und getrunken und nachts noch das Hotelzimmer verwüstet und randaliert. Ja, die Junge Union. Ja, die Junge Union, ja. Die haben ja auch vor ein paar Wochen am Wochenende da ihren Deutschlandtag gehabt. ihren Deutschlandtag, wo dann Merkel zu Gast war und Seehofer zu Gast war und alle ihre rechten Sprüche ablassen gegen Multikulti und fremdenfeindlich und alles bejubelt und beklatscht. Und dann auch noch der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Missfeldt, ja mir Missfeldt auch. Der hat dann auch gesagt, dass die Lufthoheit über den Stammtischen wieder zurückerobert werden müsse und dass rechts von der Union nichts Platz hat, was ja auch kein Wunder ist bei solchen Sprüchen. Ja, Junge Union, was sind das für Leute eigentlich? Junge Union, das sind Leute, die waren früher in der Schülerunion. Und in der Schülerunion, da kommen dann die Schüler rein, die immer ihre Hausaufgaben so gemacht haben, wie die Lehrer sie wollten und sich immer an das gehalten haben, was die Eltern gesagt haben. Immer höflich, korrekt gekleidet und alles und ordentlich und alles. Und nicht, nicht weil sie Duckmäuser sind oder Schiss haben oder sowas, sondern aus Überzeugung. Ja, was haben wir sie gehasst? In der Jungen Union dann später, ne, an der, an der, an der Uni. Das waren auch die Leute, die sich auf die Seminare vorbereitet haben und die korrekt gekleidet waren und die versucht haben, schlaue Sachen zu sagen, meine Fresse. Und das hat sich dann so und so spießig geworden sind, dass sie dann später in die CDU gegangen sind, wo sich dann diese ganze Konformität in Feindlichkeit gegenüber allem, was anders ist, gewandelt hat. Feindlichkeit, also, ja, die Junge Union, der Hammer, der Hammer, der Hammer, die Junge Union ist unsere Mission. Prost!